Willkommen zum Synology Webinar Surveillance Station 7.0 Erweiterte Funktionen. Im heutigen Webinar möchte ich Ihnen einen Einblick geben in die ausgewählten Funktionen der Surveillance Station 7.0 und zusätzlich möchte ich Ihnen einzelne Anforderungsszenarien und zugehörige Lösungen vorstellen, wie Sie die Synology Surveillance Station und die einzelnen NAS-Systeme von Synology in Ihren Videoüberwachungsszenarien entsprechend einsetzen können. Unsere Agenda führt uns durch vier Themenblöcke. Im ersten Themenblöck möchte ich Ihnen einfach generelle Lösungen vorstellen, die für sämtliche Szenarien, die Sie im Videoüberwachungsbereich auffinden, hilfreich sind. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen dann einzelne Lösungen für den Bereich Einzelhandel, also Retail Surveillance, vorstellen. Hier unsere VS 240 HD inklusive den Aktionsregeln, die Sie neu in der Surveillance Station 7.0 vorfinden. Dann gehen wir über den mobilen Überwachungsbereich, wo ich Ihnen die EDS 14 vorstelle und die Implementierung mit 3G und 4G-Unterstützung. Und zum Schluss das Thema Tür-Zutrittskontrolle, das ich Ihnen dann auch entsprechend noch näher bringen werde. Starten wir direkt mit dem ersten Szenario. Grundsätzlich ist es so, in allen Szenarien, die Sie im Videoüberwachungsbereich auffinden, brauchen Sie natürlich zwei Dinge, die Sie beachten müssen. Zum einen, Sie starten mit dem Hinzufügen von Kameras und Sie enden mit dem Backup-Job Ihrer Videodaten und vor allem Ihrer Konfiguration der Surveillance Station. Ja, im Bereich Kamera hinzufügen haben Sie eigentlich drei Auswahlmöglichkeiten. Die von uns empfohlene ist, Sie suchen sich Kameras aus unserer Kompatibilitätsliste. Die sind dann auch bei uns integriert und können diese ganz einfach in der Surveillance Station hinzufügen. Für Modelle, die noch nicht integriert sind, bieten wir ONWIF-Kompatibilität. Das heißt, wenn die Kamera ONWIF unterstützt, wir unterstützen derzeit den Standard ONWIF 2.4, dann können Sie diese Kamera über ONWIF bei uns in der Surveillance Station versuchen hinzuzufügen. Und wenn die Kamera nicht bei uns integriert ist und auch nicht ONWIF unterstützt, haben Sie immer noch die Möglichkeit, über den Kamerapfad, das heißt den benutzerdefinierten Pfad der Kamera, entsprechend die Kamera in der Surveillance Station hinzuzufügen. Ja, beim Thema Backup haben Sie die Möglichkeit, zum einen den Surveillance Ordner, also den Ordner mit Ihren Aufzeichnungen der einzelnen Kameras, entsprechend zu sichern. Oder auch die Konfiguration, beides können Sie einzeln auswählen und das Ganze dann entsprechend lokal auf Ihre USB-Festplatte oder beispielsweise auf Ihren im Netzwerk befindlichen zweiten NAS-Speicher zu sichern. Als dritte Möglichkeit haben Sie auch hier die Möglichkeit, das Ganze, den Backup in einen Online-Cloud-Speicher zu übertragen. Das heißt, auch hier unterstützen wir Online-Speicherdienste, wenn Sie Ihre Daten denn dort speichern wollen. Gucken wir uns das Ganze direkt in der Live-Demo an. Wenn ich Kameras hinzufügen möchte, dann klicke ich hier auf den Punkt IP-Kamera. Hier sehen Sie schon einzelne hinzugefügte Modelle. Und dann gehe ich beispielsweise hier hin und suche mir ein Modell aus. Die ganzen werden dann auch innerhalb der UPnP-Suche gefunden. Und Sie können die Kamera dann entsprechend hier hinzufügen. Wenn jetzt also dieses Modell nicht unterstützt wird in der Surveillance Station bisher, dann haben Sie zum einen natürlich die Möglichkeit, auf unserer Internetseite eine Information zu hinterlassen, mit der Bitte, das Modell zu integrieren. Wenn Sie die Kamera beispielsweise schon entsprechend im Einsatz haben, dann wählen Sie hier den Punkt ONWIF aus und müssen dann hier die ONWIF-spezifischen Benutzerdaten hinterlegen. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass Sie gegebenenfalls in der Kamera auch ein ONWIF-Profil erstellen müssen, bevor Sie entsprechend die Kamera ONWIF-technisch einbinden können. Als nächste Möglichkeit haben Sie dann den Bereich Benutzerdefiniertes hinzufügen. Hier müssten Sie dann entsprechend den Quellpfad der Kamera eintippen. Die Quellpfade kriegen Sie in der Regel von den Kameraherstellern und können dann so eine Kamera hier entsprechend hinzufügen. Wenn wir jetzt an den zweiten Punkt denken, das heißt das Backup Ihrer Surveillance Station, dann müssen Sie hier wieder Richtung DSM navigieren, denn auf Seiten des DSM finden Sie den Backup einzelner Shared Folder, aber auch einzelner Applikationen. Über den Punkt Hauptmenü, dann Datensicherung und Replikation, können Sie einen Backup-Job erstellen. In dem Moment haben Sie die Möglichkeit, dann hier zwischen drei Varianten auszuwählen, das heißt ein lokales Datensicherungsziel, ein Netzwerksicherungsziel, das heißt eine andere Diskstation-Netzwerk beispielsweise oder hier einen öffentlichen Cloud-Anbieter. Hier haben Sie dann die Auswahl aus den vorinstallierten Anbietern. Wir möchten uns im vorliegenden Fall auf die lokale Datensicherung fokussieren. Wenn ich also nun hier beispielsweise ein USB-Share auswähle als Datensicherungsziel, dann kann ich hier auswählen, ich möchte den Surveillance-Ordner. Das ist mein Ordner mit allen Aufzeichnungen oder ich möchte beispielsweise nur Aufzeichnungen dieser einzelnen Kameras entsprechend sichern und im zweiten Schritt habe ich die Möglichkeit, auch die Konfiguration der entsprechenden Surveillance-Station über die Sicherung des kompletten Pakets durchzuführen. Das heißt, in diesem Moment haben wir festgelegt, wie Sie Kameras entsprechend hinzufügen können und wie Sie Backup-Jobs entsprechend erstellen können. Jetzt möchte ich Ihnen im nächsten Schritt ein Szenario vorspielen und darauf folgend dann eingehen, was wir hier in der Surveillance-Station entsprechend eingestellt haben, um das Szenario so durchführen zu können. So, was haben wir in diesem Video denn gesehen? Wir haben gesehen, es war ein Eindringling, offensichtlich in meinen Räumlichkeiten. Es wurde eine Bewegungserkennung delektiert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Aktionsregeln zu definieren. In diesen Aktionsregeln kann ich sagen, dass beispielsweise Kamera 1 sich per PTZ-Funktion auf einen bestimmten Preset richtet, das heißt, dorthin beispielsweise zur Tür oder zu einer anderen Stelle, die nahe der Tür ist. Die Kamera 2 hat die Aufgabe, in dem Moment, wo die Bewegungserkennung detektiert wurde, ein Audiomuster abzuspielen. Das heißt, hier könnte man sich überlegen, dass man entweder ein vordefiniertes Audiomuster aus unserem Sortiment nutzt oder beispielsweise ein selbst aufgesprochenes Audiomuster abspielt. Und im dritten Schritt hat die Kamera 3 ein Snapshot erstellt. Und jetzt können Sie sich beispielsweise als Nutzer informieren lassen über Push-Notification, dass eine Bewegung detektiert wurde und Sie können die Snapshots innerhalb von DS-Cam entsprechend abrufen. So, im nächsten Schritt, um das ganze Szenario noch ein bisschen weiter zu spielen, haben Sie nun auch die Möglichkeit, beispielsweise mit unserer neuen Implementierung von Zwei-Wege-Audio mit dem Eindringling Kontakt aufzunehmen. So, was brauche ich eigentlich für dieses Zwei-Wege-Audio? Grundsätzlich ist es möglich, dass Sie von der Surveillance Station durch die entsprechenden Boxen einer Kamera mit dem Eindringling kommunizieren und durch das Mikrofon, was an der Kamera beispielsweise angeschlossen ist, kann der Eindringling mit Ihnen dann auch zurückkommunizieren. Jetzt ist es so, dass Sie für das Szenario eine Kamera benötigen. Sie brauchen diese Kamera, muss Audio-In und Audio-Out unterstützen und somit haben Sie schon die Möglichkeit, von der Surveillance Station mit der Kamera zu kommunizieren. Im zweiten Schritt ist es auch möglich, dass Sie mit der App DS-Cam entsprechend dann mit dem Eindringling über die Kamera kommunizieren. Und wie das Ganze sich gestaltet, möchte ich Ihnen im folgenden Video kurz zeigen. Das heißt, Sie müssen in DS-Cam auch die Zwei-Wege-Audio-Funktion aktivieren. Das geschieht wie folgt. Das heißt, Sie gehen auf die entsprechende Kamera und haben dann hier oben die Möglichkeit, über diesen Button das Zwei-Wege-Audio entsprechend zu aktivieren. So, ich würde Ihnen ganz gerne das kurz einmal demonstrieren. Dazu habe ich ein Smartphone hier und werde Ihnen das Ganze kurz über die Oberfläche der Kamera zeigen. Das heißt, ich werde jetzt hier in der Live-Ansicht so, diese Produkt-Live-Ansicht zeigen. Und wenn wir uns also jetzt dieses Smartphone hier anschauen, dann aktivieren wir hier oben die Zwei-Wege-Audio-Funktion. Und ich habe parallel den Ausgang der Kameraboxen mit dem Mikrofon verbunden. Das heißt, wenn ich also jetzt hier reinspreche und das Ganze aktiviere, Test, 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 sehen Sie, Sie hören nun den Ausgang der Kamera. Und ich spreche in das Telefon. So, jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, das Ganze ist interessant für ein Szenario, wo Sie beispielsweise direkt ein Eindringling haben. Wir kriegen oft Fragen, beziehungsweise diese Funktionsanfrage kam nicht nur aus dem Bereich Videoüberwachung direkt, sondern das Ganze ist auch interessant, wenn Sie beispielsweise einfach im normalen Bereich, wenn Sie eine Kamera als Außenkamera haben und dort halt jemand entsprechend vor der Tür steht, mit diesem zu kommunizieren oder auch interessant wird, wenn Sie das Ganze zum Thema Babyphone nutzen. Ja, im nächsten Schritt gehen wir auf das Thema Überwachung im Einzelhandel ein. Mit der VS240 AD bieten wir einen reinen Live-Ansichts-Client, den Sie nutzen können, wenn Sie keinen PC im Einsatz haben wollen. Das heißt, diese VS240 AD, die sehen Sie hier unten links, ist ungefähr so groß wie ein Ein-Bay-Nass-System von uns und hat zwei HDMI-Anschlüsse. Ein HDMI-Anschluss ist dafür da, eine eingeschränkte Management-Oberfläche darzustellen, mit der Sie beispielsweise PTZ-Kameras bedienen können oder zum Beispiel auf Aufzeichnung zugreifen können. Und der andere Ausgang ermöglicht einen sogenannten Kunden-Display. Das heißt, hier wird die reine Live-Ansicht dargestellt und der Kunde sieht, dass er hier überwacht wird. Das Ganze läuft mit 27P bei 240 FPS insgesamt, das heißt, Sie haben bei 10 FPS 24 Kameras, die Sie hinzufügen können und die Steuerung erfolgt über eine USB-Maus, die Sie dann entsprechend mit dem Gerät direkt beginnen können. Jetzt ist die Kombination natürlich aus VS240 AD und Aktionsregeln interessant, denn wenn Sie an ein Ladenlokal denken, brauchen Sie ja gegebenenfalls auch eine Information darüber, ob der Kunde entsprechend den Laden betreten hat. Und das Ganze habe ich Ihnen hier in einem Szenario kurz vorgestellt, möchte ich Ihnen hier kurz zeigen. Das heißt, wir haben in den Aktionsregeln, die wir hier öffnen, die Möglichkeit festzulegen, dass sich beispielsweise, wenn ein I.O. Input der Kamera getriggert wird, beispielsweise ein Magnet-Device, der an der Tür befestigt ist, sich öffnet, gibt es ein I.O.-Trigger in die Kamera und es wird beispielsweise ein Audio-Muster ausgegeben, willkommen. Das kann ich Ihnen kurz demonstrieren. Wir gucken uns also hier, haben wir einen I.O.-Trigger, der mit der Kamera verbunden ist und wenn ich diesen Trigger entsprechend abspiele, dann, haben Sie gehört, wird hier ein Willkommensgruß ausgesprochen. Wir wiederholen das nochmal. Das Ganze ist natürlich auch möglich, wenn Sie das über Bewegungserkennung hier ausführen und somit festlegen, dass bei Bewegungserkennung entsprechend ein Audio-Muster, beispielsweise ein Beep oder ein Gong, dann von der Kamera ausgegeben wird. Alternativ können Sie auch festlegen, dass das Ganze nicht nur über die Kamera ausgegeben wird, sondern dass es ausgegeben wird über die VS-240 HD. Auch das ist möglich und somit benötigen Sie vielleicht noch nichtmals das Mikrofon oder beziehungsweise den Lautsprecher an der Kamera, sondern Sie können das Ganze direkt auch mit der VS-240 HD durchführen und dann über die VS-240 HD direkt informiert werden, wenn ein Kunde Ihr Ladenlokal entsprechend betritt. Ja, zu VS-240 HD noch kurz. Sie aktivieren das Ganze hier über unser Add-on-Center. Hier sehen Sie auch, Sie können auch einen Joystick entsprechend aktivieren. Auch diesen können Sie mit der VS-240 HD verbinden. Hier wird es aktiviert, ist schon aktiviert. Dann gehen wir hier im Hauptmenü auf das Gerät VS-240 HD. Eine haben wir hier im Netzwerk hinzugefügt und hier können Sie dann beispielsweise auch entsprechend das Layout bearbeiten, das Sie dann gerne hier zeigen möchten. Sie haben hier die Möglichkeit, 24 Kameras plus eine E-Map hinzuzufügen. Das Ganze geschieht einfach per Drag & Drop und wenn Sie möchten, können Sie natürlich das Ganze auch benutzerspezifisch anpassen, wie Sie es aus der Surveillance Station gewohnt sind, an Ihre Bedürfnisse. So, auf der CeBIT in diesem Jahr werden wir einen Nachfolger der VS-240 HD vorstellen. Das ist die VS-360 HD. Und diese VS-360 HD hat natürlich Weiterentwicklungen erhalten im Vergleich zu VS-240 HD. Hier ist es so, dass Sie hier ein ultrakompaktes Design vorfinden. Das heißt, es erinnert so ein bisschen auch an die EDS-14, auf die wir später eingehen wollen. Hat eine ähnliche Größe und hat aber auch die Vorteile, dass Sie hier auch Temperaturumgebungen von minus 20 bis 50 Grad plus als Einsatzorte nutzen können. Sie haben hier bis zu 36 Kanäle, a 10 FPS mit 27p, die Sie nutzen können. Grundsätzlich ist 1080p auch möglich. Das Ganze wird sich dann allerdings in den Spezifikationen mitgeteilt, die mit dem Produktrelease entsprechend ausgegeben werden. Sie haben die Auswahl hier nicht nur zwischen zwei HDMI-Monitoren, sondern Sie haben einen HDMI-Monitor und einen VGA-Ausgang. So, Vorteil bei der ganzen Sache ist natürlich, dass Sie nicht nur HDMI-Monitore nutzen können, sondern Sie können auch VGA-Monitore nutzen. Ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass das Ganze VGA-Konform ist. Das heißt, Sie können beispielsweise die VS360 HD auch direkt hinten am Monitor anschließen und entsprechend platzsparend Ihr Live-Ansicht-Szenario zu realisieren. Die Mindestanforderung hier ist die Svenestation 7.0, entsprechend als Überwachungssoftware und Sie brauchen einen 1080p-Display mit 60 Hertz. Ja, wer sich für dieses Produkt interessiert, der kann das auf der CeBIT in diesem Jahr begutachten und wir freuen uns natürlich auf Ihren Besuch. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, die EDS 14 im Einsatz für unsere mobile Videoüberwachung. Ja, wir haben viele Anfragen bekommen in der Vergangenheit, wie man Videoüberwachung in mobilen Umfeld ermöglichen kann. Für dieses Szenario haben wir ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das gibt es schon ein wenig länger. Das ist die EDS 14. Das ist ein wirklich ultrakompaktes NAS-System. Sie sehen es hier unten. Und der Vorteil hierbei ist, dass Sie zum einen das NAS-System mit 12V DC-In nutzen können. Das heißt, Sie können das Ganze auch an Zigarettenanzünder im Auto anschließen. Und das DSM, also das Betriebssystem mit der Surveillance Station, läuft auf dem internen Flash. Somit ist natürlich der Vorteil gegeben, dass Sie das Ganze entsprechend direkt auspacken können, nutzen können. Und Aufzeichnungen werden nicht auf einer internen Festplatte gespeichert, sondern Sie haben die Möglichkeit, hier SD-Karten und USB-Sticks einzusetzen, um das Ganze dann entsprechend für sich auch in rüttelnden Umgebungen einzusetzen. Ja, mit der EDS 14 haben Sie die Möglichkeit, bis zu 5 IP-Kameras hinzuzufügen. Die einzelnen Spezifikationen mit den Auflösungen finden Sie bei uns auf der Internetseite. Und ein zusätzlicher Vorteil natürlich, die LTE- oder 3G-Unterstützung, die Sie mit allen unseren Synology NAS-Systemen haben, wenn Sie einen entsprechenden Stick nutzen. Bietet natürlich auch hier den Vorteil, von extern auf die ganze Lösung zuzugreifen. Wie sieht das Ganze also in der Übersicht aus? Wir haben also hier die EDS 14 und nun die Möglichkeit, eine Kamera hinzuzufügen. Die Kamera speichert dann auf die SD-Karte oder den angeschlossenen USB-Stick. Zusätzlich haben Sie dann die Möglichkeit, die seit längerem unterstützten Edge-Recording-Funktion der SD-Karte zu nutzen. Das heißt, wenn Sie die Kamera entsprechend eine SD-Karte hat und über Edge-Recording bei uns integriert ist, dann können Sie bei Netzwerkunterbrechungen so gestalten, dass die Kamera entsprechend auf der SD-Karte, die Aufzeichnungen auf der SD-Karte der Kameras gespeichert werden. Und wenn das Netzwerk wieder online ist, die Aufzeichnungen entsprechend dann auf die SD-Karte Schrägstrich-USB-Stick der EDS 14 gespeichert werden. Für den externen Zugriff haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, den 3G- oder 4G-USB-Dongle anzuschließen und als Nutzer über unseren Verbindungsdienst QuickConnect dann auch entweder über DS-CAM oder Web-Interface auf die Surveillance-Station, die sich auf der EDS 14 befindet, entsprechend zuzugreifen. Also hiermit haben wir mehrere Szenarien entsprechend dargestellt. Lokal, Aufzeichnungen im Retail-Bereich. Wir haben die Möglichkeit, T-Mobil auf der EDS 14 aufzuzeichnen. Und im nächsten Schritt möchte ich Ihnen dann noch kurz einen Überblick geben, was wir denn im Bereich Tür-Zutrittskontrolle anbieten. Wir haben schon im letzten Grundlagen-Webinar gezeigt, welche Vorteile die Integration des AXIS A1001-Zutrittsmoduls bei uns bringen. Und ich möchte das Ganze jetzt noch mal kurz kompletieren und Ihnen noch zwei weitere Funktionen vorstellen. Wenn wir also hier unsere Aktionsregeln betrachten, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier für die Tür entsprechende Regeln zu hinterlegen. Das heißt beispielsweise, wenn die Tür unberechtigt geöffnet wird, also wirklich mit Gewalt geöffnet wird, dann könnte man ein Audiomuster entsprechend hinterlegen, dass eine Stimme von der Kamera über die Lautsprecher, die an der Kamera angeschlossen sind, entsprechend beispielsweise Stopp gesagt wird. Und natürlich gleichzeitig werden Sie auch informiert, dass jemand sich an der Tür zu schaffen macht. Oder alternativ, wenn wir hier unseren Verwertungszugriff haben, Sie auch entsprechend als der Eintreten darüber informiert werden. Ich möchte das einmal kurz demonstrieren. Wenn ich also hier die Türe entsprechend öffne, gehen wir mal auf das zugehörige Layout. Hier sehen Sie also auf der rechten Seite die Informationsleiste. Hier ist der Tür zugehörigen Kamera hinterlegt. Hier ist einfach die Kamera, die das Ganze von der PDZ-Seite überwacht. Und wie sieht das Ganze dann aus? Ich öffne die Tür. Ganz normal. Und somit kriege ich auf der rechten Seite eine Information. Und die PDZ-Kamera bewegt sich. Und wenn ich das Ganze jetzt wirklich mit Gewalt öffne, dann hören Sie, dass hier entsprechend ein Signal ausgegeben wird. Mit diesen Informationen möchte ich auch das Webinar hier beenden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben hier Lösungsmöglichkeiten für alle Überwachungsszenarien gesehen. Einzelne Lösungsmöglichkeiten für den Bereich Retail-Überwachung, für den Mobil-Überwachungsbereich und für den Bereich Büroüberwachung. Hier insbesondere dann die Tür-Zutrittskontrolle. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns kontaktieren bei Fragen und verbleibe hier mit freundlichen Grüßen.